Sie sind hier 18. August 2018, 12.29 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, das Spiel bei FK Pirmasens musste abgesagt werden, Urheberrecht, Getty Images, die Regionalliga-Partie beim FK Pirmasens am Samstag wird kurzfristig abgesagt. Spieler des SC Hessen Dreieich sind zuvor in einem Verkehrsunfall verwickelt. Aufgrund der Verwicklung von Spielern des Regionalligisten SC Hessen Dreieich in einen schweren Verkehrsunfall ist die Partie beim FK Pirmasens am Samstag kurzfristig abgesagt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Ehrenreise zum Spiel. Die genauen Umstände sind noch nicht bekannt, wie ein Sprecher des Aufsteigers Dreieich dem Sitz sagte, www.fk.pirmasens-status-10307544451739602944 Das für 14 Uhr angesetzte Spiel wird am Dienstag, 21. August 2018 um 19.30 Uhr nachgeholt, von Sportinformationsdienst. Das für 14 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 Uhr nachgeholt. Vielen Dank.